Hey Leute! Dieser Fernseher da hinter mir ist mit Abstand das größte Technikprodukt, was ich jemals getestet habe und der ultimative Traum für die Playstation 5 und Xbox Series X. Hier ist warum und noch ein bisschen mehr. LG hat gefühlt jedem Technik-Youtuber ihren neuen NanoCell-Fernseher zugeschickt und als der LKW bei mir vorbeigefahren ist, da ist einfach einer runtergefallen. Also dieses Video hier ist nicht etwa gesponsert von LG und nicht deswegen steht oben Werbung in der Ecke, sondern weil der Fernseher vom Lastwagen gefallen ist. Nein, bei aller Ernsthaftigkeit vielen Dank an LG. Sie haben mir diesen Fernseher hier auch ausgeliehen, das ist aber keine Werbung, sondern ein Testbericht. Viel Spaß! Das ist der 86 Zoll große LG NanoCell TV aus dem Jahr 2020. Ein Fernseher so groß, dass er zu groß für meine Wohnung ist und ich ihn deswegen woanders filmen musste. So groß, dass es ein Megaprojekt war, überhaupt ein Auto zu finden, in das er reinpasst. So groß, dass zwei zwei Meter große Typen beim Aufbau eine dritte Person nicht schlecht gefunden hätten. Wenn ich zu viert Mario Kart spielen wollen würde, dann auf diesem Fernseher. Oder nennt man das schon ein Heimkino? Das Design ist bei allen Größen super schlicht. Die Rückseite sehr aufgeräumt und dort findet man nur das vorinstallierte, etwas kurze Stromkabel und die ganzen Anschlüsse. Vier mal HDMI, zwei davon 2.1, dreimal USB und natürlich LAN, Antenne bzw. Satellit und sowohl AUX als auch Optical Audio. Für die LCD-Technik ist der Fernseher auch verhältnismäßig dünn und die zwei 20 Watt Lautsprecher unsichtbar. Die klingen auch schwer in Ordnung, wenn man den AI-Sound aktiviert, welcher den Raum scannt und Klang dementsprechend anpasst. Ich kann mir vorstellen, dass man ohne weiteren Lautsprecher leben könnte, denke aber auch, dass wenn jemand einen 86 Zoll Fernseher kauft, auch ein großes Soundsystem hat. Die Standfüße, wenn auch echt gut aussehend, sind ziemlich weit außen und das bedeutet, dass man ein wirklich breites TV-Möbel braucht und wenn man das wie ich nicht hat, dann dreht man das Video woanders. Die Fernbedienung ist die typische, die LG seit einer Weile hat. Nicht die schönste, von den Materialien nicht dem Preis entsprechend, aber dafür umso praktischer. Man kann sie schwenken wie ein Zauberstab und so Dinge auswählen. Die Software ist darauf angepasst und dementsprechend intuitiv. Es gibt ein Dock, das unten reinfährt und man kann alle Streamingdienste und Apps aufrufen. Eine Set-Top-Box ist also überflüssig. Die Fernbedienung hat darüber hinaus ein Mikrofon, nicht nur um euer Smart Home zu steuern, sondern auch um in Apps oder übergreifend nach Inhalten zu suchen. Und in der Übersicht der Quellen sieht man als Miniatur, was diese anzeigen. Bei einem 86 Zoll Fernseher sind selbst das wahrscheinlich 30 Zoll. Es gibt unterschiedliche Farbprofile und sogar eines von Hollywood geprüftes für besonders akkurate Farbwiedergabe. Ich selbst habe einen LG TV und kann deswegen aus Erfahrung sagen, dass die Software echt durchdacht und schnell ist. Nur eine Kleinigkeit nervt mich. Um in der YouTube-App den Fernseher anwählen zu können, muss dieser an sein. Airplay 2 hingegen geht immer. Sprechen wir über den Elefanten im Raum. Das Nano-Cell-Display, das ziemlich genau die Abmessungen eines Elefanten-Babys hat. Aber was ist Nano-Cell? Das ist die Technologie, die LG direkt unter OLED ansiedelt. Feine Partikel optimieren die Reinheit der Farben, sprich Farbtöne, die sonst ineinander verlaufen würden, werden differenziert angezeigt. Ein Sonnenuntergang ist nicht einfach orange, sondern hat das volle Spektrum von gelb über rot zu lila. Mal so ganz plump erklärt. Außerdem sind die Betrachtungswinkel viel besser als bei der herkömmlichen Technik. Dieser Fernseher hat eine 4K-Auflösung, es gibt aber auch ein 8K-Modell mit 75 Zoll. Wo sich die Spreu vom Weizen trennt, ist mein persönliches Lieblingsthema. Schwarzwerte. Dieser Fernseher hat eine lokal dimmbare Hintergrundbeleuchtung, welche nur dort an ist, wo sie gebraucht wird. Hier wurde ich, verwöhnt durch OLED, trotzdem positiv überrascht. Im Vergleich zum Vorgängermodell merkt man wenig Ghosting, also ein Glühen um helle Elemente auf schwarzem Grund. Ich fand das verhaltene Hintergrundbeleuchtung mit immerhin nur 32 Zonen sehr angenehm. Sie gehen alle nie vollkommen aus und regeln intelligent mit. Bisher war ich kein Fan von der Technik, weil ich Ghosting als extrem störend wahrnehme, aber selbst bei OLED-Demo Material fiel der Effekt in einem dunklen Raum nur sehr leicht auf. Selbst schwarze Filmbalken leuchten einem nicht störend entgegen. Der Kontrast ist aber ziemlich normal. 1680 zu 1. Aber lieber so als eine Hintergrundbeleuchtung, die nervös hoch und runter regelt, denn das wird auf Dauer anstrengend. Ich glaube also, dass LG den richtigen Kompromiss getroffen hat. OLED ist in dieser Hinsicht natürlich überlegen, da leuchtet jeder Pixel selbst, aber NanoCell hat noch einen anderen Vorteil. Es wird heller und das zusammen mit der matten Displaybeschichtung sorgt für eine super Bildqualität am hellen Tag. Und wenn dann erstmal die Xbox Series X und PlayStation 5 erscheinen, dann wird's so richtig geil. Was denkt ihr wohl? Wie ist es so, Spiele auf einem 86 Zoll Fernseher mit 4K und 120 Hz zu zocken? Dank AMD FreeSync und HDMI 2.1 ist das nämlich möglich und die Latenz angegeben mit 4 Millisekunden plus 15 Millisekunden Input Lag. Nur OLED ist schneller. Für Gaming, wie man sich also denken kann, wirklich ultimativ geil. Wir hatten eine Menge Spaß dabei, auf diesem vollkommen unvernünftig großen Fernseher alles mögliche mit oder gegeneinander zu spielen. Das ist schon der Hammer. Fazit. Das hier ist der erste und einzige LED Fernseher, den ich bisher getestet habe, den ich mir anstelle von OLED kaufen würde, wenn mir das zu teuer oder zu dunkel wäre. Denn, man muss sagen, 86 Zoll für 4.000 Euro, das klingt erstmal richtig, richtig viel, aber vergleichbare Modelle, die kosten meist noch so viel mehr und dementsprechend ist es sogar eine ganz okay Preis-Leistung. Aber vor allem das 75 Zoll Modell, das dürfte für viele Leute interessant sein, denn mit aktuell 2.200 Euro ist das schon ziemlich fair bepreist für das Gesamtpaket an Features, was man bekommt und eben auch die Bildqualität. Das war's von meinem Video. Ich hoffe, es konnte euch helfen und dann macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.